so da sind wir wieder mit 3 die dritte ums tränen wir haben ja letztes mal b12 komische übersetzende tamagotchi entdeckt der uns einen rucksack aufgezwungen hat und mit der uns jetzt hilft okay ja mal sehen wird noch passiert aber wieder so wie letzte mal halbe stunde 14 minuten ungefähr nicht übertreiben in der vollen ach ja wir sind in den slums stimmt los geht's mal gucken was heute passiert was ich heute machen muss mal sehen mal sehen lädt noch mal an die pötchen hier ach ja wir waren ja bei dem stimmt ja ich habe ein bisschen was verloren muss ich ehrlich sagen ich bin nicht ganz sicher wie viel ich verloren habe ich glaube ich muss mir das noch mal kicken gegenstand zeigen tap ach so wir müssen noch okay das hat irgendwie geklappt also das haben wir nicht verloren da ist doch ein notizbuch hier auf dem link ich weiß nicht genau was behalten wurde weil man kann hier nicht so speichern wenn man bock hat das war also nicht mehr festgehalten worden youtube und nicht das wird normal ist angekickt haben da habe ich hatten mal nur begrohiert diese trophäe haben wir schon das ist die katze ist tot das war doch hier ein ring oder irgendwann zu sehen wahrscheinlich von hier dann so ein bild war hier weit aber hier oben ist jetzt naja gut okay also ich glaube dass wir hier hier sehe ich keine kratzer jetzt ist es meins das ist ein bisschen doofer ich jetzt nicht erinnern weiß wie viel er vom letzten mal noch hat hier waren wir ja wo wir müssen wir hier raus kommen wenn ich hier ich hier ja genau stimmt jetzt erinnert mir okay okay ein spurt zu sein na klar die nehmen wir jetzt auch war heute ist soweit ein katzen fahrstuhl die war doch gerade kuh oder sollt naja denn nicht hier habe ich gerade gesehen hat notizplatz kratzen kratzen wieder ok jetzt müssen wir irgendwie hier rüber wahrscheinlich also hier lang ob der space hier drückt kratzen mann natürlich kratzen ein bisschen plump ist er ja ich glaube nicht dass normalerweise eine katze da einfach so rinspringen würde weil die dazu keinen bock hat ein bisschen gibt ja wirklich hübschere gemachte betten aber weil der lebensform bis ich nicht ob die darauf wert legen wahrscheinlich ja nicht welche logo wie das momo ja ja clementine zu gehören jetzt weiter wir haben es geschafft er wird wird nicht mit uns kommen okay andere notizfächer ja komisch was hier bilder und so witzend moment korea x rezept 6 6.1 projekte 0 uhr er sieht ja aus so ein bisschen wie vom alten amiga 500 muss ich sagen kennt ihn eigentlich noch einer amiga 500 kickstart 1.3 glaube ich hatte ich betriebssystem auf einer diskette an der diskette ist der angefahren also dann er kennt da alle da angucken ist nicht übersehen etwas versuche ich das bei ihrer taschenlampe mal wieder einpacken ok hier habe ich gerade was sie sehen ach so so verneilt erhöhen angst oder sowieso angst haben katzen irgendwie nie oder nicht jetzt will sie gerade nicht um die wohnung zu holen diese engassen wenn wir nichts finden das heißt jetzt mit denen jetzt nicht quatschen wir können ja mal versuchen gegenstand zeigen außenwälder also wieder zurück na 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 hier einfacher ob wir den Katzenfaschule nehmen können wahrscheinlich nicht aber hat jetzt da oben dazu nahe an noch mal schauen hat er davon hält gegenstand zeigen wir nehmen mal diese ding ist das ding notizblatt das andere ist ja von ihm selbst war trotzdem gut weitersuchen mal es war wieder muckern auch ein bisschen hoffentlich auch so wieder kratzen hier ist ja auch noch keine kratzspuren gut reicht ein loch drin jetzt hatten wir ja letzte mal schon gesehen der luftduch unkontrolliert rum hier kann ich nicht rumspringen ja nicht scheinbar na gut dann weiß ich nicht genau was ich hier machen soll weiter hoch geht es glaube ich gar nicht da ist da auch noch so ein so aus wie dieses notizbuch symbol hier drüben allerdings mal sehen ob man dahin kommt sieht erstmal nicht so aus ein bisschen heftig von der seite vielleicht schritt uch das hier hat ihr ihr hat das ihr die jetzt oder? Okay, irgendwas ist passiert aber... mal sehen was der ja nicht schon wieder jetzt dann nicht schon wieder hier irgendwas machen es ist ja dasselbe symbol wie das da eben war ein stecker mal das zu bedeuten hat jetzt schon wieder dann legen wir mal ab wir dürfen schon versuchen okay das heißt wir können wahrscheinlich irgendwo hin und lüfter ist aha hier können wir in hier kann ich mich auch nicht drehen ja ja hier nehmen wir erstmal was trinken gibt es aber fressen nicht bis jetzt jedenfalls nicht hier Untertitelung des ZDF, 2020 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 ja dann wieder zu diesem homo würde ich sagen aber ich wahrscheinlich jetzt hier falsch der wäre da oben wahrscheinlich toll die auf hier passt ich hier richtig ja hier war ich auch schon natürlich da oben wollten wir hin gegenstand zeigen aha nehmen wir das ach so ok gut das war es schon wieder wo könnte denn noch eins sein hier drüben waren wir da schon das sieht nämlich auch aus wie dieses logo versuchen wir mal in dieser richtung können wir ja jetzt ziehen wir eine coole tatsache und Okay, ob es so fest ist, warum nun? das berg irgendwie durcheinander kommen ja hier waren wir noch nicht da ist was ja 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 wir wollen erst mal um jetzt wird sich in den wickelzug kreative an 14 Aha! 42 42 Ja, jetzt ist er schon wieder aus, Jank. Hier ist noch so ein... Hmm... Was ist das? Wie kommen wir da hin? Tresor! Ja... Kriegestand verwendet. Okay... Anscheinend nicht... Naja... Tresor benutzen. Okay, das ist noch nicht das Richtige. Huch! Verdrückt. Dann ist hier noch mehr. Das habe ich noch nicht gesehen. Hier kratzen wir doch bestimmt wieder. Das übliche. Wie sieht es mit der Ecke aus? Nein, die nicht. Schuss zu deinem Safe gefunden. Mhm... Neuen Gegenstand. Da ist er doch! Ja... Den haben wir schon gefunden. Ist der noch irgendwas? Ja... 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 Das letzte Notizbuch... Doc... Okay... Exklusiv... Musisch. Ich habe diesen Aufzubauen. Das ist ein Gründer, aber ja, ok. Gut. also zurück muss ich überlegen ich glaube hier lang das verstehe ich irgendwie hier nicht wie ich hier rankomme was dieser weiß dazu bedeuten hat vielleicht später jetzt muss ich kurz überlegen da oben bei jessen hier auch erstmal markierung setzen wie es sich gehört wir sind ja katze wir dürfen das ja machen das steht im plan hallo und so ach ja lecker auch zeigen wir mal das ding dann dog Was entdecken wir so weiter? Ah, weg. Unglaublich, ok. Weg finden wir noch ein bisschen. Ok, auch Säne. so, das war ja kurz, weiter, mit dem folgen wir mal was, da oben siehst du das, da oben, ja ok so, ich dachte, das sind diese komischen Kugeln ok na gut da oben hin oh, dicht gemacht, wunderbar ach, hier ist der Eimer gut, halb blind oh das ist 14 Minuten, das reicht ja eigentlich, denke ich wirksam machen wir hier nächstes Mal weiter, das hat gerade gespeichert nicht, dass ich wieder, nee, wees, was bestehalt wurde, was nicht und so weiter aber gut okay hier eine Pause, bei Teil 4 machen wir weiter aber es ist ganz interessant, nicht zu kompliziert aber dennoch unterhaltsam und jetzt die Idee gemacht, finde ich na gut okay, das reicht erstmal für heute und danke für zusehen und bis zum nächsten Mal ciao, ciao 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 ciao